Er hat's geschadet. Okay. Er hat fallen ab. Hallo, Leute. Hallo, Raph. Kannst du dich in ein Bett legen? Hier ist er. Da. Oh, Scheiße, ich kann ihn nicht noch sonst anlegen. Okay, gut. Ähm. Mein Eis ist schwer jetzt gerade kaputt gegangen, weil ich den Hai töten wollte. Ich hab noch einen. Äh, ich hab... Ich glaub, ich hab auch... Hör auf damit. Wie viel Schaden kriegst du? Vier. Hör auf damit, ich muss den Hai gleich bekämpfen. Ähm. Ich hab... Ich bin gut. Hast du... Hast du Eisen? Äh. Nein. Ich hab ein Scharnier. Ja, ich... Ne, braun nicht. Ich hab, glaub ich, Ostgreen den Brunen gemacht und die Schere. Ja. Tut mir auf jeden Fall leid. Farocko schuld. Hab ihn? Sehr schön. Auf Aufnahme. Okay. Aber alles noch nicht gut. Warum eigentlich? Alles gut. Ich meinte, ich hab's geschafft. So, ja. Warte, ne? Mach was mal weiter. Oh, ich bin One-Hit, wenn ich jetzt noch mal sterb. Äh, wenn ich noch mal getötet werde. Ich geh mal kurz raus. Dann gib mir den Speer. Ja. Das war mein Speer. Geh. Schass. Ja. Wo ist er? Da. Dude. Wo bist du da? Hallo? Ja. Zack. Zack. So. Ähm. Denn ich such nach Metall. Denn ich möchte ne Schaufel auch. Aber ich suche. Ich geh schon bauen. Metall hast du gesagt, gell? Mhm. Ich will dein Speer zurückgeben. Hier. Alles gut. Alles gut. Ja. Er ist hier. Okay. Ich will erst mal sehtan. Ach ja. Herr Kopf. Ach so. Du hast den, du hast den, äh, Ziegenkopf. Auch da hab ich den Haikopf auch. Ja, äh, jetzt gib mal den. Du vollidiot, äh, den. Ist wahrscheinlich ein Ziegenkopf. Ich mach das untere Metall, dann kannst du da hochgehen. Äh, ich möchte eine Schaufel machen. Ich mach das untere Metall, dann kannst du da hochgehen. Ähm. Ich mach das. Ich mach das. Ich möchte, äh, äh, nämlich jetzt Schmutz farmen. Damit ich das in den Dings packen kann. Ach, Junge, du vollidiot. Guck mal, wie ein Metall und Kupfer hier ist. Ist es hier links? Ja, doch. Ey, du stirbst doch fast an Sauerstoff. Ach, Quatsch. Einbildung. Oh, was? Alles Lügen. Es geht relativ schnell, seh ich gerade. Du bist ein Rassismus. Nee, ich bin ein Hai. Alles gut. Was? Ach so. Oh. Habt ihr nicht irgendwie unendliche Luft und so? Ja, ja. Ey, was ist denn hier? Ich muss nicht atmen, der hat Kiemen. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Doch, doch. Jeder hat Fisch ab Kiemen. Ja, mein Wale zum Beispiel. Ey, das ist kein Fisch, das ist ein Säugetier, du Mongo. Das weiß ich. Aber er lebt trotzdem in der Wasser. Mühe. Alles was du mehr wehben ist ja nicht möglich. Ich schwör, es macht gar keinen Sinn. Ich sehe das nicht ein. Oh, fuck, Digga. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt auch mein Dings kaputt ist. Mein Haken. Oder deinen Haken. Äh. Hast du auch gar nichts? Dann hast du Loser. Wie hast du denn Anfänger spiel ich hier eigentlich? Bolzen und Seil, okay. Hast du, hast du, ähm... Ich hab nur ein Scharnier. Nee, brauche ich nicht, aber hast du, hast du vier Blätter? Kann ich gleich nachgucken. Ah ne, alles gut, der Baum ist gewachsen. Perfekt. Der war schon. Ich hoffe, vier, zwei Feinblätter noch bitte. Oh, kannst du mir zwei Blätter geben? Warte gleich. Ja, also ich muss jetzt gucken, ob ich jetzt hab. Ich muss erst mal an die Luft. Ah ne, hier sind welche drin, alles gut. Ach. Lass mich jetzt aus dem Nachkommen, falls ich vielleicht wieder irgendwas... Wie gesagt, ich hätte keine Blätter für dich. Ähm. Wie viele Eisner hast du jetzt gefahren bekommen? 12. Na gut. Dann hol ich noch Kupfer, okay. Okay. Jaja. Ich weiß aber gar nicht, wo wir alles Kupfer haben. Eigentlich nur für Leiterplatten und Batterien. Ja. Wofür brauchen wir eine Batterie? Wir hatten irgendwas erforscht neulich. Ähm, diese Dinger, diesen Scanner und so. Ne, das meine ich. Das meine ich. Schön für dich. Schön für dich. Alter. Stirbt man schnell. Ich würde gerne eine Sauerstoffmaske eigentlich brauchen. Äh, brauche... Da musst du so eine Plastikflasche reinmachen. Ich weiß. Wo rein eigentlich? In... Äh, in die Erforschungstisch. Ich bin tot. Warum? Ich habe vergessen, dass der Hai wieder lebt. Legende. Wo bist du? Im Wasser. Du hast doch einen Speer. Ja, aber... Ich bin am Erstecken. Nein, bist du nicht. Ich sehe dich doch vor mir. Du hast verkackt. Ja, weil ich... am Erstecken war. Weil ich... Du musst jetzt hoffen, dass ich das schaffe. Wenn du wirst du nicht schäufen. Ich hatte das lieber zu Fremskaischen daring. Die sitze. Ah, dankbar noch. sogar noch eins übrig bleibt ich habe jetzt 8 9 Kupfer so das kommt hier rein und immer als sechs Schöhnsehner einfach wie viel Samen hast du? Samen? Ah ok scheiß auf Sand habe ich keine und Lehm? Ah hier haben wir alles dann äh wie? Ich brauche 6,6 Kupfer siegel braucht man, gell? 6 zu 11 ich habe mein Speer verloren, ah ne, ist gut ich habe nur voll Idiot dann wird es mal Zeit, jetzt den Hai anzugreifen das sind wir zu tot, kriegen wir vor, ich habe ihn abgestochen hey der cheatert einfach komm her, du dummer und alter was ein krasser Typ was? jetzt habe ich hier durchgeschwommen also oh digga ja auch das Eisner wie wir das dann planen können das will ich ja nicht das nicht funktioniert er hat nicht funktioniert so hat mich schaut und jetzt so noch ein schwer und dann kannst du dein Schalt machen ich will nichts machen, lass losgehen einfach schon wenn das kommt wohin? nicht denn? ich will doch noch eine wozu glaubst du? ich bin eine Schaufel ich hole jetzt schon bei der nächsten Insel und so ein Ding hey ich will so ein Kamel ich will eine Antilope mach das jetzt was? ich glaube ich muss bestimmt die Stellen dafür finden oder hier im Gras ne ich glaube ich muss dafür wirklich die Stelle auf dem Boden finden das hast du jetzt keinen Boden oder im Wasser oh das kann auch sein aber ich wüsste nicht wo ich komm mal hier unten ein Leben ab aber warte ich kann das Ding ja erstmal schieren ok das Game ist kaputt glaube ich das wird jetzt was gebracht gehen ne? ja ja oder ich glaube ich denke du voll idiot ice-tax was denn? was kann Palmen sagen mir wieder reingetan ja ja ich habe keine Palmen rein ich habe keine Palmen rein ich habe kein Deja-vu ich habe kein Deja-vu wo wollen wir das von Sky? war das damals Sky irgendwie? erinnert mich das an irgendwas ich habe kein Griechenkrankes sicher wie und wer kommt alles zum vor? wir tschüss verdieb erschlacht ich bin immer weiter von oh Junge gib mir mal wie brauche ich zwei ersten beide Eisen ich weiß nicht ist meins ok ich habe außerdem gedacht 1 oh nein ah ich weiß jetzt wo ich i6 klick mal O wie Olaf habe ich ja ah ich will ok aber dir kommt nicht ah geht doch ich will auch erzähl wie schön ich will i6 kannst du mir ein Deal wirklich mit den Dealern ich habe dir zwei Eisen geben du musst mir zwei Kunststoff geben ich habe keinen ich habe keinen ich habe gar keinen Kunststoff ja nur ein dann nur zwei ich wusste ich habe es gesehen du kommst jetzt hier du fließt nicht ok komm her komm her komm her du knisch komm her komm her komm her komm her ja ja hab ihn hinterher hab zwei ich auch hab zwei jetzt auch ok komm her komm her zu mir ich bin tot ich bin tot ich muss dazu also mehr aber halt was witzig zack zack es klappt auch dann können wir gleich wieder an ist der Tod ja ja mit der Stelle lohnt sich es ja übelst ne ja dann hol ich den Sand und so ne wir werden ja die Ziege niemals dauernd bekommen äh mit Halschwer ja ja ich weiß 6 wollen wir eigentlich noch ein drittes Ding machen einen dritten Ofen also soll ich anmachen würde ich nicht machen dann nicht wollen wir los ne ich hatte heute in der Züge geht nicht unmöglich wieso ich werde ein Tutorial gucken also dann warte noch aus ich will ja 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 das ist hm man kann lichten ich habe gemacht um loser die öffnen aber in eine andere Richtung äh habe ich noch ein paar Jahre und gut ja das funktioniert wunderbar ja das sind nicht gerade paddeln im Boot also gut ich muss nicht paddeln nicht aber im Boot wir gehen jetzt in die andere Richtung heißt Hex wir gehen jetzt in die andere Richtung heißt Hex wir müssen jetzt erstmal man kann durchs Loch in den Anker fallen ja natürlich ich wollte nur gucken ob das geht höher geht kaputt irgendwann wirst du es bereuen hast du Wasser rein gemacht wohin ja du hast meinen Seetank geklaut du mieser Hund nein 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 okay okay aber okay mit zwei Kunststoff dann ist okay weil ich hier gleich bitte bitte das ist wichtig du hast auch was von hm was kostet zwei Kunststoff warte mal wo hätten wir Wolle es gibt Honig ja ich hab ne Schere warte mal ja klar und guck mal es gibt ne Wiese nein doch okay äh da ich hab die Schaufel dafür aber ich weiß nicht wie man wie man das Zeug bekommt warte ich kann mal ein das hier ja schnell ich hab mir den Paddel dann weg mit dir geh weg ja Paddel ja oh mein Gott ich vergesse es immer da ich hab dir irgendwas was dann abkommen können ja ja ich vergesse es immer komm her da ist ein Spot komm doch her wo ich hab dir los 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 oh da ist er doch ich komm nicht hoch go ok ok ich muss einmal kämpfen ja ok das käme ist kaputt oh oh wer ist gemisch aber nicht haben man kann die ich melken ne ein Viech ein Viech wir sitzen das habe ich noch erwähnt ich habe aber noch kein Schaf gesehen kann man eine Antilope melden ich glaube nicht also da kann man bestimmt anders als das Zeug rauskommen oh oh dann greif kann man nicht greifen äh ich werde unsere Base eigentlich ausbauen nein zuerst gibst mir zwei Kunststoff dann ok hab ich nicht jetzt brauch ich nicht mehr ok finde ich gut ja du brauchst eine Wasserflasche gell hm nein Pech gehabt wenn du keine willst oh nein hast du immer hast du keine Flasche ne soll ich hier eine machen von mir aus warte wenn du einen Glibber hast dann kann ich hier eine machen und noch sechs Kunststoff ja warte fahren wir zu ey ich geb dir einfach das Glibber hier ey ne du musst mir helfen mit Kunststoff zu dommeln bitte nein bitte du ehrenloses Müllspiel easy die sieht doch wie nicht anders so ey man hör doch auf mit mir nach zu gucken kannst du mir jetzt ein Ding geben das ist das erste Mal das ich nachgeguckt habe ja du guckst immer nach ich seh das doch in deiner Aufnahme die du schon hochgeladen hast bin ich eigentlich zu leise ah da hat man nicht aufgepasst das gibt es doch nicht oh es gibt hat Herzschmerzen voll lachen wo jemand nicht aufgepasst und dann trifft er daneben so eine geile Szene gib mir jetzt ein Plastik und ein Kunststoff dann habe ich was? ne jetzt nur noch ein Glibber ein Glibber und ich habe dir eine Plastikflasche es gibt noch ein Glibber und er fickt nochmal äh hier erarscht hey da ist ehrenlos oh hallo nimmt sie doch ja neue Pflanze äh wir haben halt kaum Holz ne ich wäre eigentlich dafür dass wir jetzt eine zweite Etage machen da braucht man eigentlich für Feil ich würde sagen wir bauen erstmal das Ding aus wir sind noch extrem klein wir haben noch alles richtig auf den Platz bezwungen ja ich mag das so ich nicht ja dann würde ich sagen Pech gehabt dann holen wir ein Plastikrand oh ähm was machst du gerade? äh nichts warum äh willst du gerade die die Luftflasche bauen? ja dann würde ich machen also ne äh warte ich kann dir helfen hier danke nimm auf warte du hast du einen? ich hätte ihn hier irgendwo den Halt äh ja aber warum hast du mir die gegeben? guck 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 ich habe ich dachte man braucht zwei für äh für das Luftding du dummer Wichser äh wo sind die Ranken? du kottloser ja mach ich hab ich schon reingemacht du dummer Wichser alter du kottloser äh wie viele Ranken haben wir eigentlich? wofür hast du noch? geheim Junge hier hab ich alle gefarmt tatsächlich nja hast du ne 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 das eben nicht guck in der Aufnahme noch hab ich eben äh neun Stück gefarmt das war scheißegal hm ja geheim ja ich weiß ich hab noch 5 Seetank das hab ich für eine Flasche im Upp so warte dann bring noch 6 Kunststoff 6 und 2 Sein so warte ich hier hab hier zwei Glibber eine weil ich hab zunächst ein Inselgelenk ne warum keine Ahnung einfach nein ich äh warte wie viel Glibber hast du noch also wie viel wie viel Ranken 5 ja ok dann lass da hin auf jeden Fall nur um Ranken zu holen und auch generell ja auch generell halt ne die Bäume haben Ranken aber sonst nicht das sag ich doch für die Baseweiter ausbauen ja das sind was hier Holz und Plastik nicht so ey du das sag nicht so ein Wasserständer oh komm weißt du das ich muss noch besser werden du kommst jetzt her noch mehr wir müssen die Töten ja das Spiel ist immer noch kaputt ok warte jetzt guck, guck, ok je gut ich jetzt machen werde langsam hab ich keine Lust mehr aufs Spiel warte noch einmal hast du wieder verkackt nein jetzt so langsam macht's mir echt keinen Spaß mehr ja ich glaube was ist da auch mal so schlecht drin ja ja ok dann will ich mich nicht so fangen aber ich hab gekackt ich hab mein Spann und das ist so fang ok so warte muss noch ein ich hab' ich hab' ich hab' schon mal äh äh bäumchen okay u somos wir haben hier als er muss NRW der 17 durch den steiner Ellen Kicht ok dann brauch ich die weil wir präsidenten 斯 Oque bei der 시간이 ich möchte aus dem Punkt an ich bin ich da nicht abweilig ab Koma auch wollen ich zufälligerweise nicht ich glaube es macht es der Wesen der Zeit die Taschen anrufen nur bei einem anderen aber was das ist eine garante es gibt nur ein Baum nein 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 ja nicht schon ich hatte bis dahin die Tüter von uns ja bin ich auch die sind keine Ranken da äh da oder da nee da mal verarscht aber ich kenne den High Töten da kann man bisschen falsch ist das oder was mein ich zu naja nur noch ein bisschen Metall nehmen wenn ich so viel Metall haben ich hab noch bin aber ich weiß nicht brauchst du gerade mehr äh ne aber später wir als Hamburg zu verhandeln hat ich kann mir ein bisschen Metall ist mit dem wenn sie auf See sind egal ich bin ich nicht mehr oder lieber bei der ja weil mich gerade auch gefangen ich habe ich habe jetzt schon null sehtan die sich an die ist einfach nur ein langer Penis ich hätte es schon nicht zu bereiten komm her die da war ich hier noch schnell mit mit dem er kommt Leuk und das sind ich sehe er geschafft auch noch mehr ich hätte gern ich hab noch nicht abgebaut immer aber er kommt der kommt der kommt und er hat noch ein aber jetzt geht es um die Malz auf der Schüttel zu gut vertreten hier wenn ich in die Kiste getrennt eine Folie tatsächlich aus der Kiste Klaut Möhrleiter Landort ja er hat gesagt der Leiterkeit ist die Sitzschule ist man verliebt ich hoffe das ist nur heilheit weil sonst das ding richtig kacke wie meinst du nee ich glaub das geht kaputt danach ja aber ich hoffe es wird dadurch gedamaged dass man beim heiligen der wasser geht achso nee safe nicht ja soll ich das ausprobieren teste ja ein paar mal warte warte ich muss kurz ein paar vorher machen so nimmt's ab warte ich lass mich ja mal attacken warte ich greife ihn an nee ich hab aber das hält ziemlich lange anstrengen lassen angreifen ich mach weiter nein nein ich hab drauf wir waren nicht okay gut ich brauchst du musst ein bisschen mehr essen und das ist mir von das heilige ich hab genug hier ich nicht und hier Dekker in Wasser die beste Milo äh die beste Nahrung warum hat's denn Anteil gelichtet das gesagt hat an ja mach das Segel runter jeder sagt wo der Baum ist fertig ja ist er dann werden wir kurz eine Sache nachgucken ein Schlott ein ja ok passt ach Gott verdammte Kacke er knabbert er knabbert ich hab ihn noch zweimal geldet ich warte jetzt ich finde er ist fast tot und ich will noch essen ich hab's geschafft echt? du bist er tot? warte ich halt an ja er bin jetzt gerackt guck ich an ja ich bin wieder fast tot ich hab gesagt er ist fast tot Stopp Hilfe ich bin fast tot lang gehalten ich hab' du ich hab' du lichtest hatte ich doch nee dann geh doch scheiß doch mal angeln ich hab' nicht die Ressourcen dafür dann macht der ne Dreckswurz Angel das macht keinen Unterschied ich hab' keine Ressourcen dafür ja dann an der Park er hier hier ist ein Fisch nimm er warnt mich lange will ich weiter in der Gäste wieder nahm äh in den Böden es war auch möglich für die Reiche oder ne das liegt nicht mehr er hat und ich habe noch schnell Buntwasch da haben wir die stoffflasche nimmt auch ab wenn man sie einfach an der oberfläche trägt gar kein licht doch weil du sie dir einfach benutzt das war nicht so geplant ich bin fast tot aber es ist auch seit diese zwei palmenblätter das wie ein schott geben bitte doch habe ich nicht so was hast du alles kurz geklappt und sie hat geschehen das in den Pasta Gartenschrott drin war gut dass ich weiß was ich mir davon gekraftet habe das ist ziemlich gut wahrscheinlich ehrlich äh dingst da ist die Zitane 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 müssen Sie töten den halt ne ich lenke ihn ab nein 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 ich schaue mich jetzt nicht müssen Sie töten der Fall ist das tot du lässt sich zuerst beißen mit nein 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 du musst einen endlich mal ein Leute haben bei mir noch nie gesehen wie ich er den Haar ist scheiße er wird zu lieblanden äh die die Flanken 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 weil ich habe gar keinen Platz oh ich habe auch von der Wasser braucht man äh für es wird danke gehen gut dass ich der Typ war der die Sachen holt das da drin dein wenigstens richtig richtig schwachsten Bolzen so ja geht und sein ne ist geil aber da hinten ist noch mehr Sack äh Sack äh Sack äh Seetan ich hole hier noch ein bisschen Ton ich mach noch ein Ding was kann man noch irgendwas mit Ton und Sand machen ne nur du kannst nicht schmelzen aber nur Sand bringt ja etwas und Ton hab ihn noch nie geschleuten aber ich nehme mal Metallherz mit ok ja mach ruhig äh mit dem Kackraum hast du Seetan also alles was ist auf dieser Innenstadt nein 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 auf der anderen Seite gab es noch was ok ich will ich will Schwimmklassen jetzt machen wir gucken äh ach so ja klar für mich gibt es eine Taucherabende aber äh doch ich kann der ruhig das Ding geben das ist mir egal ne 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 so ok du bist halt schon drauf sehr gut ne ok jetzt auch nicht dann passt dann wäre ich dafür dass ich auch mal ab und zu mit den Sachen schwimmen darf ach was denn dir ach scheiße ich dachte so nein was kann man da sein ok ok wie viel kostet äh also ich weiß dass es Seetan und äh diesen Glibber kostet wie viel kostet es also insgesamt von Seetan äh insgesamt zwölf ne elf was ich davon gebrochen habe äh elf oh Gott hm warte ob da hinten vielleicht noch Seetan ist aber sieht so aus das könnte noch Seetan sein als Hex oh hier ist noch Kupfer ja Fenster habe ich alles abgeholt nein hier ist Seetan noch jawohl das reicht für ein Ding dann schwimme ich nur da hinten hin weil da hinten ist ähm der Hai hast du auch ein bisschen Glas eigentlich äh Glas habe ich nur eingeschmolzen und ich farm gar Sand versuch's wenn du gesagt hast wo ich nur Ton finde ja Ton wollen wir nicht ja aber Sand halt wir schwimmen gerade ein bisschen auf dem Wasser rum damit ich hab acht Sand oder so sechs 3 3 3 was ist? 3 wäre schon wieder da aber ne ist er nicht dann hole ich mal hier hinten noch ein bisschen Metall erd aber da haben wir kaum da komm ich wie Metall erd sich gefarmt hat wieder 2 1 halb er ist wirklich wieder da ey man kann ihm ausweichen hast du noch? man kann ihm high ausweichen guck ja man kann ihm ausweichen einfach hey zeig mal hey man kann gar nicht pieksen guck ja ja einfach zur Seite gehen guck einfach W und S guck 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 bei mir ja dann einfach abstechen hast du keinen Schaden bekommen? cool nein gar nicht W S guck warte wenn er dodget ich hoff das so gewollt ja wohl ja wollen wir sagen wir setzen es nicht ein na ja von mir ja ich kann es dann nicht machen Kuhl, dann bin ich besser als du. Hast du gerade irgendwie getestet? Das akzeptiere ich nicht, wo ist er? Ah, Scheiße, er hat mich gestochen. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist er? Da! Eigentlich hat er dich gestochen. Einfach WS, wenn er hinkommt. Einfach WS. W und S geduckt hat. Halt dein Maul. Ich schaue mal dort. Ah, einfach L und D oder S und A. F, hä? Ja, meine ich ja. S und W. Achso, S und W. Achso, ich habe das jetzt getan. Das war's für W und S. Achso, okay. Ich hab zu der Heid jetzt gar nicht sagen müssen. Mach mal, mach mal so. Du musst nicht Angst haben, dass ich hier klaue. Fahren wir dran vorbei? Können wir mal eine große Kiste endlich machen, bitte? Jaja, aber ich auch schon für. Ähm, hast du ein Scharnier? Gib mir mal das Scharnier, was du hattest. Was ist hier? Für eine große Kiste. Ich weiß nicht. Gib mir... Kann man mir vertrauen? Nein. Du... Dafür habe ich vier Seile gemacht. Ja. Vergib mir die Fischleile. Warum habe ich mich abziehen lassen? Jetzt habe ich weniger Ressourcen und bin nicht dumm. Ja, das sagte ich mir auch schon. Wer hat dich unterrichtet. Weil nicht mehr Lernmethoden, ich sage es, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, du... Du hättest da anders reagiert. Anders anders. Warte mal, ich brauch... Da hier... Wie viel gebratenes Haifisch vielleicht hast du? Ne, ich mach auch das hier rein. Äh, 9, ich kann ja welche abgeben. Warum hast du 9, wenn ich die ganze Zeit verhungere? Ich hab doch gesagt, ich hab... Weißt du, so... Nö, nö. Dann kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich weiß übrigens den Palmsagen hier rein, ne? Das klingt zwar eindeutig nach mir, aber dann... Ja, ich hab einige zeigen dran. Ich hab auch ne... Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich wurde so gescampt, aber ein Ton. Äh, weg damit. Hast ein Ton in den Netzen oder wo drin? Jaja. War ich voll überroffen. Scheiße. Guck mal, kann ich einfach ausreichen. Muss ich mich nicht angreifen. Dann fügt sie einfach. Ey, warum geist du so auf Seetang? Wie machen wir eigentlich, äh, die Netze? Du hast schon, dass wir auch zwei Glibber hier haben, ne? Wir dürfen nicht ganze Seetang einsetzen. Ich hab jetzt in die andere Kiste getan. Ist hier mal aufgefallen, wie, äh... Ey, lass doch, dass du das wirklich eingesammelt hast, du scheiße. Oh, wie hab ich das? Ich hab, du kriegst irgendwann einen Platzer los, und dann stirbst du einfach im Klebsen. Ob mir was aufgefallen ist? Warte mal, hier. Ich will mal ein bisschen wieder Insel besser machen. Hm, okay, sechs Plank für euch. Oh mein Gott, Digga, fick dich doch. Hast mich einfach mal weggeschubst. Ey, ich bin Plastik. Wie wär's mit dir? Ich geb dir Plastik, du gib mir Holz und, äh, Palmblätter. Wie viel? Wie viel? Nein, halt nicht. Äh, zwei Palmblätter wären ein Holz, und ein Plastik wie ein Holz. Du gibst mir Holz, ich geb dir Plastik dafür. Ja, aber warum sollte ich dir ein Palmblätter vergehen? Ja, weil Palmblätter manchmal als Dreierding auftauchen. Achso, du meinst, äh, zwei Palmblätter und ein Holz ergeben ein Plastik oder was? Nein! Zwei Palmblätter ist ein Plastik und ein, äh, Holz ist ein Plastik. Ah, okay. Welchen Plastik hast du denn? Nicht so viel. Neun Stück. Mit Plastik meine ich Kunststoff. Ja, ja. Äh, da, der Heil! Nein! Oh! Geh weg! Oh! Gott, das war wieder Heile! Das hat fünf Gesundheit! Gewollt. Äh, willst du jetzt neun Kunststoff gegen neun tauschen? Gegen neun was? Holz. Nein, Holz brauche ich selber. Ich kann dir, äh, Palmbländer geben. Zwei, okay, wie viel? Ich hab... 40. Dann gebe ich dir nur einen Kunststoff und du gibst mir wegen, äh, Price of Stocken, äh, 20. Okay. Drei, zwei, eins. Easy. Das heißt, ich hab alles. Inzwischen hab ich selber schon das, äh, Palmbländer, äh, gefarmt, die ich eigentlich gebraucht hab. Das ist jetzt aber egal. Scheiße. Äh, wir können jetzt einen Titel schreiben, äh, du bist schwul. Äh, wie man reich wird. Tutorial. Tutorial. Mit Gewinnsprach. Handel ist zu doll. Mit Gewinnsprach. Du Vollidiot. Ach, du sag ich selbst. Ups. Dann, äh, nehme ich das Vollidiot zurück. Okay. Ich sag, wie es ist. Ne, das sag ich Ihnen nicht. Du wirst mich damit nur abpacken. Hm. Okay, ich sag's ihr. Ich lege auch normale Ressourcen in die Kiste. Ah, man braucht den Netzwerk. Äh. Ja, mach ich auch die genug Zeit. Äh. Okay, dann warst du voll auch ein Polidiot. Weil ich nicht zu viel davon habe. Ähm. Ey, du darfst nicht alle Dinger alles zu Glibber machen. Mach ich auch nicht. Nein. Man braucht einen Netzwerfer, um die Viecher einzufangen. Oh mein Gott. Digga, war da so, der hält die Prätze grad neben mir. Ach, war das ich? Ja. Geil. Wenn mir das dann eigentlich... Wenn mir das Gefühl ist... Digga, wir sind auch richtig behindert. Die Dinger, die Netze arbeiten, können gar nicht richtig arbeiten. Ne, weil wir einfach... Das ist in die Richtung fahren. Aber da halt zeigt, das bringt... Äh, übel nicht. Dann fahren wir lang, das bringt weniger. Was gerade eben gesagt, äh, wir falsch fliegen. Ich weiß nicht. Okay. Du, du kannst es einfach nur noch nicht. Wie viel Glibber hast du denn schon? Äh, ich habe... Warte mal. Was hast du denn jetzt geklaut? Ja! Nur bisschen. Ja, hauptsache ich hatte meinen Namen. Gott, was da dauert so. Dein Angriff. Was meinst du? Ach so. Voll nicht aufgefallen. Eine Frage. Du gehst dahin, okay? Du verspricht es mir. Geh einfach hin. Ja, ich kann mir eh eh nichts anhaben. Ach so, ja. Und steht einfach weg. Oh Gott, das funktioniert nicht immer. Ich komme wieder zurück. Nein, nein, nein. Du darfst es nur nicht im Film machen. So stimmt. Du musst, bevor er da ist, musst du stehen bleiben und dann erst das machen. Nee. Funktioniert nicht. Ich habe ihn gepatcht. Oder ich glaube, wenn er von unten kommt, das geht es auch nicht. Warte mal, hier war Eisen drin, ne? Oh, genau richtig. Ich habe... Hast du ein Eisen? Nein. Ah, ich habe wirklich sogar keins. Ich habe vorhin eins getlaut. Ich war... Ich habe gefarmt. Das ist mein Eisen. Kann man mit Wolle auch auf Strings machen? Hab ich schon aufgespielt oder du? Ich habe noch... Es gab damals keine Wolle. Ja, aber Wolle soll ich das dann noch erst recht wissen? Das war eine Vermutung. Ein Items. Oh, oh. Ah, hi. Oh, nein. Ah, er chillt noch vorbei an der Trieb. Er ist ein Chiller. Er schaut bei Schiller aus. Es klappt nicht mehr. Ich werde die Amts gepatcht. Immer irgendwas brennen lassen. Die goldene Ringe. Oh, danke für dich. Er sagt Plank anzünden, wenn nichts drin ist. Er ist er knabbert, glaube ich, ne? Oh, nein, du weißt das nicht. Gut erkannt, Timmy. Erkannt, Timmy. Ich habe jetzt auch, äh, Ding sein getan, ne? Die, äh, das Leder einfach rein. Ey, was? Wir sind schon mal vier Minuten, also. Was? Vier Minuten. Haben wir nicht drei Minuten-Pack oder sowas? Äh, wir haben nicht drei Minuten-Pack oder sowas. Äh, wir haben nicht drei Minuten-Pack oder sowas. Das ist doch so. Das ist doch so. Das geht tatsächlich nicht. Okay, also, was? Er ist gekämpft. Nicht mehr gedutscht. So, jetzt sehen wir mal, ob die Flossen auch... Ich hab's geschafft. Ja, die Flossen sind auch useless. Wie, useless. Weil die, weil die eine Duobility haben. Ich will mal gucken, ob die auch... Ohnball vom Bagger. Hilf mir, hilf mir, stopp. Hilf mir schnell. Ich halte ab. Ich hab mich, ich hab mich überschätzt. Ich hab vergessen, dass ich vorher schon zehnmal gebissen wurde. Komm her, komm her. Ah, hab's geschafft. Er ist aber fast durch, ich hab ihn zehnmal gestochen. Warum kriegst du immer den Letzten? Ich hasse dich. Warum hast du neun geplantes Fleisch? Kannst du's ab jetzt einfach bitte da lassen. Einfach nicht nehmen. Warum machst du immer das Segel runter? Mach einfach den Anker. Äh, wir müssen... Wir müssen aufhören. Nee. Ich... Ich war ruhig. Ich hab neun Fleisch. Zehn! Hör auf! Jetzt mach Salzwasser schön. Okay, komm her. Okay, komm her. Okay, komm her. Wo bist du? Der Netzwerker wurde gebaut, dass seine erfolgreiche volle Erfolge... Das ist wichtig. Jetzt ist ja auch, um mich rumzulaufen. Ach so! Komm her. Ah, ich bin ein Schwein! Schau, ja, kakau. Ki kakau la kakau.